So, hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Info-Video. Ich befinde mich mal wieder in meiner Hütte und ja, das heißt, es gibt wieder was zu berichten, zu erzählen. Wie man vielleicht schon auf Twitter gelesen hat oder auf unserer Webseite, wenn da jemand nachschaut, was ziemlich cool wäre. Wer das an Silvester, beziehungsweise von Silvester auf Neujahr, einen Stream geben. Ja, wir fangen an, so am 31. um 17 Uhr, vielleicht früher, vielleicht später, wahrscheinlich früher, müssen wir mal schauen. Dauern wir das Ganze bis 3 Uhr morgens, 4 Uhr morgens, wie lange wir Bock haben. Zocken werden wir Sachen wie Gangbeasts, haben wir uns jetzt neu geholt, Golfit, CSGO wahrscheinlich. Ähm, vielleicht auch auf unserem Minecraft-Server, wir haben wieder einen kleinen Minecraft-Server mit ein paar Mods. Ähm, Trials vielleicht, vielleicht ein Construction-Simulator, wenn wir noch Bock haben. Tabletop-Simulator, Uno, Mario, ne, nicht Mario Kart, äh, ich komm nicht auf Mario, Katze-Gens'-Immenity. Ähm, alles in die Richtung, was uns einfach Bock macht. Ähm, kurz noch zur Info, wer dabei ist. Von Anfang bis Ende dabei sein werden der Johannes und ich. Ab 1 Uhr, glaube ich, hat er gemeint, kommt der Thomas dazu. Der Max weiß noch nicht genau, wie er wann dabei sein wird. Ähm, ja. Und jetzt nochmal die Einladung an alle, die es hier sehen. Kommt gerne vorbei, kommt gerne zu uns. Zockt gerne mit, wenn ihr Bock habt. Haben überhaupt kein Problem mit, wenn ihr die Spiele habt. Kommt gerne vorbei. Wenn ihr, äh, sagt, ihr habt einen CSGO, ihr habt einen Tabletop-Simulator, kommt vorbei. Vielleicht spielen wir dann das Grad oder switchen dann mal. Das sehen wir dann. Also, wenn ihr Bock habt, kommt einfach vorbei. Äh, egal ob jetzt Clan-Mitglied oder nicht. Und, ja. Würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Wir sehen uns. Haut rein. Ciao.